Hey, wie geht's? Ich bin der Fahrer, der Ihre Freundin nach Hause gefahren hat. Die Kreditkarte war ungültig. Kommen Sie rein. Sie fragen gar nicht, ob sie gut nach Hause gekommen ist? Ich will Ihre Kameras, Handys, alles, womit Sie gefilmt haben, was Sie ihr vorhin angetan haben. Du hast heute an die falsche Tür geklopft, Opa. Komm her! Kennst du Star Trek? Ja, Sir. Ich hätte gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, Sir. Robert, ich habe nachgedacht. Es ist wirklich toll, dass du all diesen Fremden hilfst. Aber das wird das Loch in deinem Herzen nicht ausfüllen. Es ist meine Pflicht, dir solche Sachen zu sagen. Ich bin die einzige Freundin, die du hast. Mac, Susan ist tot. Susan hat in einer gefährlichen Welt gearbeitet. Ich habe mir alle Überwachungsvideos angesehen. In dem Zimmer ist noch was anderes passiert. Wer hat das getan? Wer auch immer das war, es waren hochprofessionelle Attentäter. Die verwischen ihre Spuren. Niemand ist sicher. Sie wissen nicht, was Sie da angefangen haben. Sie hätten sich nicht auf einen Krieg mit uns einlassen sollen, McCall. Falsch. Sie lassen sich auf einen Krieg mit mir einlassen. Ihr Fehler war, meine Freundin zu ermorden. Davon gibt es kein Zurück. Wir alle müssen für unsere Sünden bezahlen. Ich hab ihn auf. Ich hab ihn mit mir ver sinne. Herr, mein folded Meditergart. Shh. Bulw. Unbrief. Vielen Dank.